Ich kriege oft einen Anruf, Herr Witt, Herr Witt, schicken Sie mir mal jemand vorbei, zwei Tage Verkaufstrainings machen. Wir müssen dringend mal wieder was machen. Und meine Frage ist immer die gleiche, was wollen Sie denn erreichen? Jaja, es muss, es muss, die Abschlussquote muss höher oder was auch immer, Umsatz, Umsatz, Umsatz. Wir sind keine Verkaufstrainer. Es ist ein Mythos, dass Verkaufstrainings etwas bringen. Ich habe sogar einen Artikel geschrieben, tausendmal trainiert, tausendmal ist nichts passiert. Sieben Gründe, warum Verkaufstrainings noch nie Erfolg hatten und drei Sachen, die Sie stattdessen machen sollten. Die sieben Gründe möchte ich Ihnen hier mal erzählen. Der Grund Nummer eins ist, die Inhaber und die oberste Führungsschicht in einem normalen Möbelhaus investiert sehr, sehr wenig Zeit in den Verkaufsprozess. Wenn Sie ein Möbelhaus führen oder einen Möbelhaus managen, überlegen Sie mal, wie viel Zeit haben Sie letzte Woche an der Werbung, an der Verwaltung, an der Logistik, an solchen Sachen gearbeitet. Wareneinkauf, Ausstellung. Und dann überlegen Sie mal, wie viele Stunden Sie aktiv an der Verbesserung des Verkaufsprozesses gearbeitet haben. Und damit meine ich nicht durch die Ausstellung gehen und Verkäufern Hallo sagen oder Verkäufer zum Kunden scheuchen. Also, der Grund Nummer eins ist, Inhaber haben nicht genug Fokus auf den Verkaufsprozess und auf die Verkäufer. Und das ändern wir. Und zwar in einer Art, dass Sie sich positiv auf die Verkäufer fokussieren und versuchen, die Verkäufer aktiv bei etwas Gutem zu erwischen, um davon mehr zu kriegen. Der zweite Grund, warum Verkaufstrainings nichts bringen, ist, der Verkaufsprozess wird nicht gemessen. Und nur was gemessen wird, wird gemanagt. Ich frage seit Jahrzehnten Inhaber von Möbelhäusern, wie viel verbraucht Ihr Auto denn auf 100 Kilometer? Und die wissen das alle bis auf die Nachkommastelle genau. Wenn ich aber frage, wie viel Besucherpartien verbraucht Ihr Möbelhaus denn für 10.000 Euro Umsatz, dann gucken wir mich ganz entgeistert an. Also, das zweite Problem, nur was gemessen wird, wird auch gemanagt. Und nur was gemanagt wird, wird gemacht. Das bringt uns zum nächsten Problem. Der Verkaufsprozess wird nicht gemanagt. Das heißt, jeder Verkäufer kontaktiert so gut, wie er kann, macht seine Beratung so gut, wie er kann, fasst nach, wenn er Lust hat. Es ist alles personen- und tagesformabhängig und nur ein Prozess, der wirklich klar definiert ist und auch zusammen mit den Verkäufern gemanagt wird, kann überhaupt verbessert werden. Das vierte Problem, und das ist der Grund für das dritte Problem, die Führungskräfte verbringen zu wenig Zeit auf der Fläche und mit den Verkäufern. Sie sind vollgemüllt mit administrativen Aufgaben und können die Zeit nicht investieren, mit den Verkäufern am Verkaufsprozess zu arbeiten. Daher finden diese ewig grüßt das Murmeltier-Szenen statt, dass Führungskräfte durch die Ausstellung wandern und die ganze Zeit Verkäufer zu Kunden schicken. Gucken Sie mal da hinten das Pärchen, das ist noch nicht angesprochen. Das sind die vier Gründe, warum Verkaufstrainings bis jetzt noch nichts gebracht haben. Der fünfte Grund, warum Verkaufstrainings langfristig nichts bringen, ist, es wird Wissen vermittelt, statt Verhalten zu verändern. Aber nicht das, was wir wissen, macht uns erfolgreich, sondern das, was wir tun. Es hilft also nichts, irgendwelche Techniken, Tipps und Tricks zu trainieren und die Verkäufer gehen danach raus und machen es selbstverständlich, genauso wie sie es schon immer gemacht haben. Ein normaler Verkäufer hat in seinem Arbeitsleben über 60.000 Mal kann ich Ihnen helfen gesagt. Wie kann man als Verkaufstrainer erwarten, dass er es nach einem Training am nächsten Morgen anders macht? Der sechste Grund, warum Verkaufstrainings nichts bringen, ist, es werden Floskeln und Worthülsen gepaukt und es wird gesagt, sag folgenden Satz und alles wird gut, die Kunden unterschreiben. Wir wissen aber aus der Forschung, dass 93 Prozent der Kommunikation über die Körpersprache und die Stimme stattfinden und nur 7 Prozent ist der Inhalt, das, was wir sagen. Das heißt, diese Worthülsen, die da gepaukt werden, bei dem einen funktionieren sie, bei dem anderen funktionieren sie nicht und niemand macht sich klar, warum es nicht funktioniert, weil eben die Einstellung einer andere ist und der innere Zustand des Verkäufers wichtig ist dafür, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Und wir arbeiten mit den Führungskräften und den Verkäufern sehr, sehr viel daran, wie man seinen inneren Zustand optimal hält und wie auch Führungskräfte dafür sorgen können, dass die Verkäufer gut motiviert sind, sich wohl und anerkannt fühlen, denn wir können nichts geben, was wir selbst nicht haben. Ein Verkäufer kann nur nett mit Kunden umgehen, wenn die Führungskräfte gelernt haben, durch einen Prozess extrem nett mit dem Verkäufer umzugehen. Der siebte Grund, warum Verkaufstrainings nichts bringen, ist, dass der Verkaufsprozess, der nun mal eingeschliffen ist, nicht funktioniert. Wenn ein Kunde das Möbelhaus betritt, wird er normalerweise von ein paar hungrigen Augen verfolgt und beobachtet. Das macht ihn nicht unbedingt besser. Er bewegt sich durch die Ausstellung. Verkäufer stehen normalerweise so oder auch so in der Ausstellung, gucken dem Kunden hinterher. Irgendwann, wenn der Kunde an der Ware steht, laufen sie los, kommen dann natürlich in der Regel von hinten oder von der Seite und sprechen den Kunden an mit dem Gruseligen, kann ich Ihnen helfen? Worauf der Kunde antwortet, nein, vielen Dank, ich will nur mal schauen. Das ist der erste Problem im Verkaufsprozess und das führt dazu, dass über 50 Prozent aller Möbelhausbesucher niemandem sagen, warum sie eigentlich gekommen sind. Das nächste große Problem ist, sobald der Kunde doch mal sagt, warum er gekommen ist, wird sofort Ware gezeigt und zwar nach dem Zufallsprinzip, dieses Sofa, das Sofa. Es wird also praktisch Beratung bei Walking Around gemacht. Das sorgt dafür, dass die Kunden irgendwann überfordert sind und behaupten, am helllichten Tage schlafen gehen zu wollen. Sie gehen natürlich nicht schlafen, sondern meistens in ein anderes Möbelhaus oder sie schieben die Entscheidung auf die lange Bank. Und dann haben wir ein Riesenproblem. Der Verkäufer, der natürlich provisionsabhängig ist, denkt von Anfang an an den Abschluss. Das heißt, seine Körpersprache, seine Stimme sagen, ich will dein Geld, Kunde, und ich brauche dein Geld. Ich bin darauf angewiesen. Das stößt den Kunden ab, denn der Kunde kann diese Körpersprache lesen und fühlen. Deswegen brauchen wir im Möbelverkauf einen Treppenprozess mit Etappenzielen. Denn wenn wir immer nur an das nächste kleine Ziel denken, ich will den Kunden zum Lächeln bringen, danach will ich dafür sorgen, dass der Kunde sich wohlfühlt. Danach will ich den Kunden so weit öffnen, dass er sich mit mir als Mensch über Gott und die Welt und unverfängliche Themen unterhält. Und wenn wir den Prozess so aufdröseln, dann merkt der Kunde immer nur, was wir mit ihm als nächstes vorhaben. Und das ist etwas Positives. Und das sorgt dafür, dass wir mit über 70 Prozent aller Besucher ein Verkaufsgespräch führen können und dass die Abschöpfung um 10 bis 30 Prozent hochgeht. Wir können in einer Verkaufspotenzialanalyse Ihnen erklären, wie schnell und wie erfolgreich so ein Projekt möglich ist. Also greifen Sie jetzt zum Hörer oder schicken Sie mir eine E-Mail.